Ich glaube Goldschuhe schonmal von Gucci Alter, bist du ein Junge von Gucci? Alter, bist du ein Junge von Gucci? Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Hardcore mit Tommi! Hallo! Das Folge nicht gesehen hat, wir haben viel erreicht. Wir sind sehr stolz gewesen auf uns. Und jetzt geht's ab in den Nether, ich hab Angst. Und heute machen wir hier weiter! Yeah! Okay, rein da. Ja. Ja. Okay. Viel Glück. Wir müssen sehr fern. Wir müssen noch tiefer, ja, Fortschritte. Ja. Okay, wir müssen uns die Koordinaten merken. Das heisst, ich schreibe es mal ganz kurz. 82. Tester und minus 80. Quarz können wir überhaupt brauchen. Ich weiss gar nicht. Nö, brauchen wir gar nicht. Wir können Holz, äh Dings hier mitnehmen. Hier Gold. Damit können wir uns dann Gold Equip machen, damit greifen wir uns die Picklings nicht an. Okay, dann kann ich hier noch ein paar Blöcke davon mitnehmen, weil dann können wir uns irgendwie lang bauen. Wir brauchen jetzt nur eine Festung und danach Endermänner. Ja. Ach du Scheisse. Mehr brauchen wir ja nicht. Ich hab Angst vor den Picklings, ganz ehrlich. Äh. Okay, so. Dann kurz ein paar Stufen machen. Okay, bin bereit. Plötzlich. Äh. 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 Okay. Oh, sorry. Sorry. Alles gut. So. So. Oh. In die kleinen Krippe machen und wir sind oben. Oh. Schön. So. Ja. Mein Spiegex ist direkt down. Schon fast. Hellstone? Ja, mein Spiegex. Schon fast. Aber das geht auch. Ich dachte schon, ich hätte eine Festung gesehen, aber leider doch keine. Alter. Oh Gott. Ah, die sind friedlich, genau. Trotzdem habe ich immer Angst vor den Viechern. Ob das doch ein Pickling? Wenn du einmal angreißt, bist du halt auch tot, ne? Äh. Ich hab Angst. Ich auch. Warte. Ich hab... Hä? Komm ich da eigentlich so lieber? Ah ja. Gut. Ja. Oh Gott. Also hier ist jetzt die Frage, wohin wollen wir, ne? Ja. Wo ist am ehesten eine Festung? Also ja, da wo du jetzt hinbaust, sind wir ein bisschen näher dran, ne? Aber wo ist eine Festung? Ja, aber vorsichtig, ist sehr gefährlich. Also ich geh halt nach oben, weil dann haben wir einen besseren Überblick, so, ne? Deswegen, das war jetzt mein Grundgedanke. Das ist so. Das ist der beste Gedanke. Ja. Okay, hier ist aber nichts. Und jetzt sehen wir hier nichts. Wir können uns einfach straight up weiter bauen, ne? Jetzt hier oben. Ne. Auf in die Höhe. Auf in die Höhe. Eine Festung? Ne, okay. So. Okay, dann können wir hier jetzt einfach nochmal weiter. Ich weiss nicht, ob wir da dann irgendwie durchkommen. Aber, naja, werden wir sehen. Ah, ich hoffe nicht, dass das fette Vieh kommt, ne? So wie auch nicht. Ich höre es nur überall. Ja, eben. Ich weiss nicht, wo es ist. Ne, Digga. Oh Gott. Ich habe Angst. Oh. Hier oben. What the fuck? Das kommt von links irgendwie. Ja, ich sehe sie gerade nicht, ne? Ich glaube, wir sind direkt unter ihm. Oh, ne. Das ist ja geil. Äh, eher nicht. Ja, ich weiss. Hier aber weiter runter, ja. Sollte da eigentlich nicht durchkommen, ne? Oh mein Gott, Alter. Diese Geräusche. Ah, hier ist noch Gold. Oh Gott. Können wir alles super mitnehmen. Dann können wir uns Gold equip machen und stimmen mit deiner Geil für uns ja nicht an. Wie viele Goldnuckets hast du? Äh, 14. Oh, das ist gut. Dann, äh, wo ist das? Warte, hinter dir ist es auch noch. Ja. Weiß ich gleich, oder du machst. Umso besser. Okay, du hast beide Werk, Wink. Setz mal bitte eine davon. Was, beide? Warum haben wir nicht zwei? Ne, ich hatte mal eine und da habe ich die. Oh Gott, habe ich die hingesetzt? Aber die habe ich dann nicht eingesammelt gehabt. Äh. Weisst du, wie man Gold daraus macht? Ja, das ganze Feld füllen, oder? Ja. Richtig. Und dann einfach Goldschuhe machen, das reicht ja. Ah, ich konnte nur... Nein, das reicht mir nicht. Ich konnte nur zwei machen. Oh, meine Spitze ist kaputt. Zwei Barren. Wo bist du? Wie viel hast du? So. Ich habe schon. Ah, ich habe schon. Ja, so gut. Aha. Ich buddel mich jetzt doch mal ein bisschen nach unten. Ah, um zu gucken, ob er da jetzt überhaupt irgendwas findet. Denn... Nee. Gold soll kommen. Ich brauche Gold. Ja, das sieht gerade richtig blöd aus. Nee, ist auch nicht so was. Ich hätte trotzdem so langsam wieder da runter gehen wollen. Irgendwie zur Wand gutteln, oder so. So. Ein wenig noch. Hast du den Speckex wieder? Ja, ja. Ich habe wahrscheinlich mal. Ah. Ey, krass. Wieso sehe ich keine Festung? Irgendwann ist das auch nichts. Ja, auch bis wir dann wieder zurück sind, ne? Ja. Ja. Äh. Dieser Weg... ...miteinander sein. Oh ja. Dieser Weg ist sehr lang und schwer. Ja. Oh Gott, ich dachte, der Lava ist einfach nur so ein doofes Pilzlicht. Ah. Ah ja. What the fuck. Nee, da ist auch keine Festung. Bist du da? Ja. Schmack. Wir brauchen Gold. Aber ich noch. Ich höre irgendwas. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist meistens nicht gut. Wenn du was hörst. Irgendwetter. Haha. Hä? Komm ich da rüber? So. Bezack. Na gut. Okay, da unten sind blöden Viecher. Oh nein. Was? Piglins? Ich glaube, die greifen einen immer an. Ja, ja. Sowohl ihr als auch. Oh nein. Äh. Das gefä... Digga, schau mal, wie viele Piglins, Digga. Überall. Hm. Aber an sich, die machen ja nichts. Ah, die greifen ja nur an, wenn du, ne? Ja, richtig. Ah, Digga, ist da unten noch Gold? Ist das Gold? Oder dritten? Äh, wo bist du? Ja, es sieht noch Gold aus. Aber ich weiss nicht, ob wir das riskieren wollen. Ah, ja. Also ich... Ja, ich glaube, die greifen einen sogar an, wenn man Gold abbaut. Aber das heisst, es ist halt wirklich ein bisschen blöd, ne? Oh, scheisse. Ist keine Festung. Das kann doch nicht wahr sein. Soll ich mich da rüber bauen? Ja. Okay. Hast du noch Blöcke? Ne, ich hab genug. Ich hab grad einen halben Stack von diesem Netherrack abgebaut. Ah, okay. So, Vorsicht, da ist ein bisschen gefährlich. Gefährlich? Irgendwie ist ja alles gefährlich. Ja. Das ist so. Ähm. Ist echt ekelhaft, dass wir nirgends von der Festung müssen. Scheiße. Da hab ich echt immer Angst davor. Obwohl, naja, Angst ist auch nicht wirklich, aber dass man halt hier im Nether ist und keine Festung findet. Ja. Oh, du bist doch. Ja. Ah, hier ist noch Gold. Aber Vorsicht, das ist auch gefährlich, weil da geht's noch ein bisschen sehr tief runter. Wenn dann ein irgendwie ein Böser kommt und ich abschiiss, dann ist das halt auch doof. Ja. 25, das soll doch reichen für zwei Dinge, oder? Sollte, ja, ja, eigentlich schon. Ja, vier. Ich kann mir Schuhe machen. Perfekt. Ich hoffe, das hast du aber nicht gehört. Irgendwas hab ich gehört, aber ich weiss nicht, was es war. Brauchen wir noch Gold? Okay, dann. Äh, eigentlich nicht, nö. Okay. Perfekt. Ich glaube, Goldschuhe schonmal. Von Gucci. Oh, ups. Du bist so ein Video von Gucci und doch Gott. Okay, weil hier gibt's. Mir kann nichts Beste sein gefallen. Also ist das wirklich, wo wollen wir jetzt hin? Ja, das ist eigentlich, ne? Ja, ja. Scheiße. Ja, ja. Ich würde was nur sagen, darüber einfach, weil da was zu sehen ist, ne? Auch wenn es ein eklaft langer Weg ist, aber, ne? Die. Nö. Die sind friedlich. Ei! Also, solange du die nicht angreifst, ist alles gut. Einfach an denen vorbeilaufen, als ob nichts wäre. Nimm die Eier in die Hand und lauf an denen vorbei, ist alles gut. Was? Was für Eier? Ja, ne, weil ich, also, greifen einen ja sonst mal an, aber da das mein Goldschuhe anhat, äh, greifen die Eier nicht an. Aber ich hab trotzdem Angst, dass sie mich angreifen. Deswegen hab ich gesagt, jo, nimm die Eier in die Hand und lauf. Ah, so, hast du's gemein. Das ist so ein... Oh, Mann, ich dachte, das wäre eine Festung. Ey, aber das kann ich ja nicht erzählen. Im Alter, also bist du kurz, kaum in dem Nether gewesen, hast du eine Festung gehabt, Alter. Ja, der war aber auch noch so nicht wirklich irgendwie irgendwas. Also, da gab's so nicht mal solche Mälder hier. Man, das sieht alles ein bisschen nach Festung aus, aber ne, ist es keiner. Bist du da, ja, okay. Alter, bist du mir wieder zurück, ne? Boah. Ja, ja, ja. Hallo. Hier rüber. Was? Hallo? Hallo. Ah, hier ist eigentlich eine schöne Fläche. Ja, ist so. Jetzt ist alles flach. Ja. Oh Gott, pass auf, da ist eine Schlucht. Oh, fast ins Feuer gelaufen, Alter. Hallo? Da müssen wir den Zombie-Pickl ins Dein Honig angreifen. Einfach vorbei, Renbo, die Eier zusammennehmen. Ja, richtig, richtig. Hihi. Da ist auch nichts. Ey, Mann, ich geb's auf so langsam. Scheisse, Mann. Ich dachte, ich werde noch zu dem Geräusch und zückt seine Armbrust. Ja, ist so, ne? Okay, gehen wir weiter da rüber? Ja. Alles klar. Ich folge dir. Auf Schritt und Tritt. Ja. Ich hoffe, wenn ich jetzt nicht in die Lava falle, dass du mir dann auch nicht folgst. Ah, nein, so nicht. Das wäre ja tragisch. Scheisse, Mann. Nein, ich hol mir jetzt noch ein paar Blöcke. Ich hab nicht mehr so viele. Ey, das ist tragisch, Alter, ganz ehrlich. Ja, ja. Hallo. Hallo. Oh Gott, keine Spiegelks mehr, egal. Ey, ich hätte noch ein bisschen Stein da, aber ich würde umgehen mit Stein weiterbauen. Eben. Aber wenn uns das Stein ausgeht, dann sind wir richtig hin. Okay, jetzt habe ich auch genug Blöcke, falls dir mal was ausgeht, sagst du's. Ja. Ja. Dann kannst du mir nochmal die Werkbank einsetzen, weil ich würde nur noch ein paar Stufen machen. Und ich kann dir auch noch eine geben und da ist die Werkbank. Das kann ich. Das kann ich. Ja, danke schon. Aber sicher, dass du selber eine gesetzt hast. So. Okay, halt. Eie. Brauchst du sie noch? Ja, nein. Ich will nicht. Okay. Es ist wirklich die Frage, wo laufen wir jetzt hin? Ja. Wir sind auch als höchstes Gefühl, wir sind so in die falsche Richtung gelaufen. Das glaube ich halt auch. Weil das sieht nirgends nach einer Festung aus. Das ist doch zum Kotzen. Also wir sehen halt nichts. Wir finden absolut gar nichts. Oder wir gehen einfach weiter in die Richtung. Dass wir jetzt halt nicht irgendwie uns nochmal in diese Gefahr begeben. Dass wir uns richtig hoch da irgendwie lang bauen, sondern wir einfach ein bisschen sicherer sind. Hallo? Ach du machst nichts, okay. Einfach hier rein. Also das war eins zu viel. Und hier weiter. Ja, let's go. Ja, let's go, let's go. Die Folgenlänge hast du im Blick? Nein. Oh. Mal kurz, ob ihr es? 17, 18 Minuten. Machen wir noch weiter oder sagst du es in der nächsten Folge finden wir die Festung? Okay, ja, ja. Komm, nächste Folge. Okay. Dann mach ich kurz zu. Okay, Leute. Das war's für diese Folge. Mal schauen, ob wir in der nächsten Folge endlich die Festung finden. Weil wir sind irgendwie nirgendwo. Und ja. Das Lustige wird dann noch, weißt du was? Zurück zum Portal finden. Das wird ein Spass. Oh ja. Okay, Leute. Das war's für diese Folge. Wenn's noch gefallen hat. Daumen hoch. Lass ein Abo da. Und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Mhm.